Derp, 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 derp. Schönen guten Morgen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass unsere Anti-Mobbing-Kampagne letzte Woche leider nichts gebracht hat. Der Kleinwüchsige wird immer noch gemobbt. Wer es auch immer sein mag, hör damit auf. Das war Legolas, der ist ein unglaublich schlechter Mensch. Ja, weil ich ein Elb bin, du Idiot. Der Hobbit war's. Hör auf zu lügen, du Schlitzohr. Du klaust mir doch jeden Tag mein Pausengeld. Hol den Fernseher heraus. Na los. Oh, Einzel. Er leckt mich doch alle am Arsch. Komm schon, Fettsack. Du hast gesagt, du fängst mich auf, Legolas. Ich mach nie wieder deine Hausaufgaben. Ich hasse dich. Ja, du hast ihm doch meine Größe gesagt, oder, Legolas? Mann, wie sehr ich dich hasse. Was soll die Kacke, Legolas? Zutritt für bärtige Zwerge nicht gestattet. Nur Elben dürfen rein. Sorry, Gimli. Ich kann zwar kein Elbisch, aber der verarscht mich doch wieder. Oh, wie ich diesen Typen hasse. Das wurde nur so zusammengeschnitten. Wer von euch war das? Ich glaube, dass das Fragezeichen da unten in der Ecke was damit zu tun hat. Auf das Fragezeichen scheiße ich doch. Und so waren sich alle darüber einig, dass es keinen Sinn hatte, gegen das Fragezeichen zu kämpfen, weil No Idea zu mächtig war. Ende. 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 Ende.